Hallo, ich bin Ingrid Geschonek und ich zeige euch jetzt eine trennliche Studiomodellage. Die Studiomodellage heute erstelle ich anhand von einer Schablone. Zuerst wird etwas lufttrocknender Primer aufgetragen, danach Fiberglas Grundiergel und zwei Minuten ausgehärtet. Anschließend wird aufgebaut mit Fiberglasgel Clear. Nach weiteren zwei Minuten Ausgehärtungszeit wird die Modellage abgecleanert und in Form gefeilt. Hier seht ihr jetzt am Ringfinger das Fullcover, das ich mit Ingrid Siegritz mal Nummer 1 erstelle. Darauf setze ich als Highlight ein paar kleine Nieten. Das Ganze wird ausgehärtet und zum Schluss wird die gesamte Modellage mit Finishing Matt versiegelt, um einen schönen, dezenten Matt-Look zu erzielen. Außerdem wurde Farbgel schwarz und Satin Shine Nude von Harald Glöckler verwendet. Die Modellage wurde komplett matt versiegelt. Zum Schluss trage ich noch etwas Nagelöl zur Pflege auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017